Ahoi, meine Lieben! Heute bin ich mal wieder zu Besuch bei der Bäckerei Captain Flint, für die ich ja Markenbotschafterin bin. Eine tolle Geschichte, auch für Weihnachten. Wenn ihr für Weihnachten eine schöne Weihnachtstorte backen wollt, bekommt ihr das Rezept und findet es unter www.prixenboden.de. Je t'aime. Danke, tölf morgens. Oh, oh. Sagst du nicht, Achtung und Kämpfer machen? Nein. Ich habe noch ein Weihnachtsgeschenk für mein Hemd und ich habe den Weihnachtsmann und Schokolade besorgt. Von Lind, nicht so ein richtig dummer, du bist ja auch ein roter Pfund. Was hast du? Das ist für dich. Ein Dummy, das ist mein Weihnachtsmann, du, mein Junge. Den glaube ich nicht. Ja, das ist für dich. Oh Mann, mein Junge, danke schön. Gut, wie schön. Dann geht das Frühschorb. Vielen Dank.